Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring Part 16. Tja mal, letzten Mal sind wir hier weiter in die Festung vorgedrungen. Und jetzt ist hier ein dunkler Raum. Und der sieht sehr gefährlich aus, ne? Weil man hier... Oh Gott, die Sequenz. Der geht zu. Der wird abgeschlossen. Warum denn jetzt erst? Beim ersten Mal war er eben nicht so. Oh nee, da lacht sich jemand ins Fäustchen. Oh, scheiße. Ui, na, Boss, Miniboss oder so. Und das im Dunkeln, ja. Moment, hier ist auch eine Natur. Oh, ich hab was bekommen. Auf jeden Fall. Krummschwert-Talisman. Oh. Wir haben Krummschwerter. Hm, verstärken die vielleicht? Hat eine sehr kindliche Lache gehabt. Dagegen dann. Wenn es denn derjenige war. Vielleicht sitzt da nur einer, der den heimlich steuert oder so. Fernsteuert. Ja. Deswegen gucken wir uns das Ganze mal an. Ausrüstung. Ach, jetzt kann ich schon zwebenthalisman. Ach, das werden immer mehr. Na gut, denn ist das okay, wenn das mehrere Plätze wären. Dann mehr Slots. Boah. Verbessert Abwehr-Konter. Welchen? Warte. Wie? Ist egal. Er verbessert den Konter. Das ist ja der hier eigentlich, ne? Der hier. Oder? Oder der? Ne. Ist das so gewinnt? Ich hab doch gar kein Abwehr-Konter. Wahrscheinlich nur wenn ich ein Schild benutze, oder? Oh, wie krieg ich den Typen? Wir sehen an. Na, die kommt trotzdem. Geil. Haha, ich hab viel erreicht. Wenigstens sind sie nicht alle auf einmal alarmiert. Boah. Scheine Backung. Oh, jetzt hat man mal was wiedergekriegt. Warum auch immer. Stehen sie nicht. Hab doch gar keine Gruppe. Ach, der hat die haben auch ne Armbrust. So, nimmst er hier. Hm. Was ist dieser D-Buff? Ja, bestimmt, wenn man stirbt. War hier noch einer? Hallo? No. Misses Leben, die Schweine backen alle nicht. So. Was willst du mit dem Dolch im Gewande? Sprich. Schurke. So. Das versuche ich den mal so zu meuchen, wie der eigentlich gedacht ist. Hahaha. Hm, da läuft uns ausgerechnet hier entgegen. Und läuft der jetzt schneller. Hat ja umgekehrt. Hat sich wieder umgekehrt. Da läuft der mein und her. Hm. Das ist so denkbar beschissene Position. Oh, so ist es auch. Man muss halt nur schnell sein, ne? Ah, ich glaube, der muss ich nicht jedes Mal kalt machen. Unbedingt. Nein, auf die Fässer sollte er werfen. Ah, so. Sieht aber geil aus. Wieso, ey? Explodieren. Schön, ne? Das haben sie auch verbessert, so diese Physik-Effekte, ne? Au, du blöd, Mann! Aber ich lebe noch. Oh, wunder, oh, wunder. Ich lebe, ich habe das überlebt. Aber, ja, das kostet trotzdem Lebenspunkt. Ich habe die mal öfter wiederkriegen würde. Lass das Ding stecken, du. Ja, die Tür haben wir noch nicht aufbekommen beim letzten Mal. Und wir erinnern uns. Oh. Hä? Das habe ich doch schon gelootet gehabt, hier. Oder doch nicht. Hm. Äh. Was ist das denn? Heiliger. Quackstrudel. Jo, eigentlich hatte ich das Ding nur auf. Oder bin ich danach? Ne. Hat der immer wieder Ruhen führen sollen? Oh, oh, ich höre was. In der Wetzterwatt. Ach, ja. Ja, komm mal runter. Nein. Nicht deine Bomben. Du sollst runterkommen. Ich höre es persönlich. Na, geh mal nochmal runter. Aber dann müssen wir uns da leider noch mal verlustieren, da in dem dunklen Raum. In dem komischen Ritter, der so kichert wie ein neunjähriges Mädchen. Huuu. Das war der Guard Freak, oder nee, das war der hier. Und das war die Wirbelattacke. Oh, was bist du eigentlich hier? Sind wir jetzt sauer? Oh, der schreitet da drin noch, ne? Man hört ihn schreiten. Doofen, dass sich die Tür verschließt. Oh, der schluck. Immer wie es volle Lebensenergie. Ah, diese Scheiße. Oh, der schluck mich alarmiert. Äh, diese... Uuuh. Ne, war das nicht auch nicht, war das. Das war ein dummer Fehler. Da bremst mich nämlich aus, diese Wirbelattacke, was der da macht. Hm. Wirbelkämpfnisse. Bisschen unfair, ne? Oh, das war ganz gut, aber, äh, ja. Uuuuh. Noch einmal, komm. Was hält der aus? Oh, wow, ey. Ne Menge. Ah, Mist. Der macht immer den selben Quatsch. Ah. Mist. Wieder den langen Weg hier auf uns nehmen. Äh, wir müssen. Das klingt schon wie Yoda. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Nicht doch. Warum ist das davor nicht irgendein Ort der Gnade oder sowas? Oh, verdammter Mist hier. Ich muss nur schnell sein, dass sie einen Typen da. Hat es schon gereicht, um die anderen anzulocken? Zumindest einen hat er noch anzulockt. Ah, je mehr Helltränke ich mitnehme, desto besser. Was sind die Typen eigentlich? Ich möchte es gerne einsammeln. Jo. Wokum. Gut, war eh nichts Besonderes, aber... Oh, ich hoffe mal, der kommt uns, dann fällt uns nicht in den Rücken, der da unten, ey. Oh, es hat doch noch Schaden genommen, jetzt. Ah, verdammt. Ah, Schöße, ey. Aber da lagen noch zu viel Fässer, aber, naja. Ah, verdammt. Das ist auch cool. Der laufende, äh, ja, keine Ahnung, Festung, Kloster. Buh, äh, naja, wäre es egal gewesen. No, jetzt holt er die Tröte schon raus, ey. Nee, komm, jetzt, 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 wenn wir mal zurückgehen, das ganze Theater, ja. Also muss ich ja den Weg nicht unnötig schwer machen, nicht wahr? Er ist schon schwer genug. Äh, ja, Aufstieg, schön wär's. Richtig um. Ja, meine Hördorf Kommando. Es gibt ja auch ein Kommando. Buh, das ist schon wieder. Also einlocken wir mindestens immer an. Läuft. Oder so. Egal. Äh, nicht doch, nicht egal. Oh, naja, ist eh verloren. Schnell weg. Oh, der lebt ja noch. Puh. Eier, die Festung hat's auch in sich, ey. Hm. Komm, wird kaputt gegangen, aber die... Das werft endlich mal alles kaputt hier. Schnell aufsammeln. Erstmal den kalt machen, glaub ich. Das ist besser. Oder so. Oh, Mann. Wird endlich mal auch volle Lebensenergie haben hier. Gegen den, äh, quasi Boster zu kämpfen. Das ist auch noch. Das ist auch noch kein Alten, oder? So eine Nachricht. Hallo, wir haben da so viele da unten. Was ist denn da los? Party oder was? Ne, hier kommen wir nicht runter. Können wir den rauslocken vielleicht, den Penner? Wäre natürlich lustig. Aber ich befürchte nicht. Da ist der, ne? Das ist der, ne? Das ist der, ne? Hm. Irgendwo läuft er noch, äh, nachher. Ich hab da noch zwei gesehen. Ach ja, der. Stimmt. Ne, den lassen wir aber links liegen müssen. Ich möchte es ja erstmal mit dem Herrn Kasper da aufnehmen. Den Dunkelkasper. Eieee. Wohl, könnte man den auch mal austricksen? Da kann er ja kommen anvisieren. Ja, da sind so viele Gegenstände, glaube ich, im Weg. Ui. Oh, mein. Boah, ich kann ja kommen ausweichen bei dem, ey. Da ist man so krass geslagert. Komm, erst mal bald hier noch weg, hier. Rannt der noch? Oh, auf mich zu! Ey, der ist ja voll im Berserker-Modus, ja. Ah, verdammt, ey. Hardcore. Müsst ihr das noch machen? Ist das ein Lump? Oh, scheiße, ey. Also, Zirkus nochmal. Oh, nee. Warum ist das denn da kein Ort der Gnade? Da würde es auch mal passen, ja. Der Name davon. Ort der Gnade, also die Bezeichnung. Wäre dann passend gewählt. Aber nein, ich habe hier keine Gnade zu erwarten vom Spiel. Kommt schon wieder alle. Tschüss. Och man, ey, auch das neu. Jetzt trifft er mich auch noch hier. Ich halte mich gleich mal, wenn ich die Gruppe dann erledigt habe. Dann vielleicht was wiederkriege. Ich weiß nicht, was der Indikator dafür ist. Also, mal ist es giltet als Koffe, mal nicht. War keine Gruppe. Wir sind keine Gruppe. Alles individuell. Ja, aber innerhalb einer Gruppe gibt es so individuellen Menschen, Leute. Das eine schließt er das andere nicht aus. Ups. So, mit einem Mann. Seid weggepulvert hier. Boah, verdammt. Ey, so schnell bin ich auch nicht. Aber du bist da noch umgeben von lauter Feuer. Oh, er hat es verstanden. Dann ist er mich auch hinüber. So. Jetzt werde ich nochmal versuchen, mich anzuschleichen. Dann gib mir doch mal was wieder hier, bitte. Hup. In der Hine. Dachte er es. Ne. Explosion. Ich habe hier nichts zu erwarten, wie gesagt. Aber wenigstens ist es die erste Attacke. Er kickt genau in meine Richtung. Leider. Kann ja nicht mal anvisieren gerade. Irgendwas läuft hier noch. Oder? Ich befürchte nicht. Ich vermute. Oh, jetzt kann ich wieder raus. Ich kann rausrennen. Ist ja geil. Kommt der raus? Ne, der steckt fest. Beim ersten Mal war nämlich die Tür verschlossen. Da war eine sichere Todesfalle. Leute, macht's auch so. Vielleicht soll ich das auch so machen. Oh, allein das kostet ja schon so viel Schaden, ne? Meine Chance, der macht mich so an der Tür kalt. Vielleicht kann man ihn so schießen, so ein bisschen. Ich werde erstmal einen Angriff provozieren. Diesen Wirbelangriff am besten. Ich konnte mich in der Zeit, wie gesagt, ich kann er nicht machen. Aber immerhin, so, ja, man kann sich heranschleichen. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber da zu kämpfen ist auch keine wirkliche Alternative. Der hat so eine wahnsinnige Reichweite. Scheiße, ey. Ich glaube, es hat jetzt hier auch schon wieder Probleme, weiterzukommen. Aber es kostet das Spiel, ja? Also leicht ist es nicht. Also auf jeden Fall, selbst als Veteran hier, joa. Was sieht, wollte ich stecken. Oh, Mann, ey. War so unnötig. Die haben sich schlecht abgesprochen, na, das ist ein Unwensystem. Na, der wirft, Robert, ne? Nicht, 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 nicht. Gut. Oh, Mann, das ist ziemlich schnell. Ich wollte eigentlich das andere machen, aber ist egal. Weg, weg, weg. Gerade rechtzeitig. Invincibility Frames. Gehabt. Oh, meia. Der zweite Teufel. Oh, nicht, das war nicht so verabredet hier. Weg. Oh, okay. Wir sind eigentlich los, das mache ich mir mal jetzt in Vorfällen. Ja, mach mal den Weg frei. Das ist mir lieber. Man kann sich ja doch mal vertun, nicht wahr? Oh, erstmal bremsen, das ist immer ganz gut. Von Angriffen abzuhalten, die Gegner. So ist es natürlich am besten, die Gegner von Angriffen. An den Angriffen zu hindern. So, okay. Oh, vielleicht kann ich hier auch, aber ich befürchte, der hat den Schlüssel. Oder ich mache, ich gehe einfach mal weg. Vielleicht beruhigt er sich ja wieder. Ja, auch denkbar, ne? Warum war ich mal cheesy? Chisi-Peasy. Mal gucken, ob das geht. Oder ob er dann wieder in der Linz-Energie hat. Natürlich fies, aber das ist fies. Na ja, mal sehen, ob wir auf seine Ausgangsposition gehen. Es hört sich so an. Nee. Nee, der ist so oder so aufgeschreckt. Der ist aufgeschreckt. Verdammt. Was mache ich nur? Wo bist du? Nee. Ich weiß, es ist cheesy, aber so geht's. Oh, scheiße. Das war nicht so geplant. Guck, guck. Tschüss. Boah. Der kämpft halt mit unfairen Mitteln. Was soll ich machen? Die weit meine Mittel überschreiten. Erstmal so, ne? Übersteigen. Meine Möglichkeiten. Los, hau ab. Man erkennt das Schwert. Der ist durch die Mauer fährt. Er kann mir jetzt trotzdem mal voll heilen. Als er mich doch mal treffen sollte. Aber ich wette, der hat den. Ich könnte wetten, der hat den Schlüssel. Na los, drehe ich um. Na los. Zack. Nimmt. Ja. Er schultert das Schwert, oder? Ich glaube, er läuft an seine Position. Warum habe ich jetzt keinen Backstab gemacht? Verstehe ich nicht. Steht er schon wieder? Mhm. Ich meinte, geht schneller, als wenn ich hier tausend Todes sterbe. Aber der macht nur durch Backstabs kriegt er ordentlich. Schaden. Oh, Scheiße. Warum mache ich nicht die Wirbelattacke? Nein, bitte nicht. Das hält mir noch nicht so raus. Geht weg. Ja. Na, mein. Im Schluss habe ich ehrenhaft gekämpft. Das musste... Nö. Der hat ja nichts dabei, der Vogel. Hier ist der Schlüssel. Also hätte man sich einfach holen können. Okay. Na, egal. Oh, ne Sau. War eigentlich noch irgendwas? Was ist hier nischt? Kann man hier nicht mal nicht schelter finden, oder so? Visionen... Na, das wird kein Fahrt sein, aber... Man kann es ja mal probieren. Man weiß nicht. Also, es ist hier... Ja, zum Beispiel auch darüber geärgert, der Spieler. Dass hier nichts weiter war. Und dann nachher hinterlasiert er so eine tolle Nachricht ausfrust. Ich höre hier noch mal, aber ich glaube, es ist der Typ da unten. Gut, der stört uns nicht weiter. Dann können wir hier direkt weitermachen. Sehr schön. Dann da ist ja die Tür. Apropos, ja. Da, sieh. Fies gemacht, aber geil. Fies, aber geil. Ah, hier war nichts weiter, ne? Ne, da wartet nur der Tod auf uns. Ich möchte ja wenigstens mal sehen, wie es hier weitergeht, endlich. Ah, man muss hier schon so ein paar Tricks anwenden, ne? Wenn es der Skill nicht so hergibt. Ach, falsche Seite scheinbar. Jo. Beziehungsweise der Charakter noch zu schwach ist. Oh, weih, ey. Vielleicht soll ich doch erstmal vorher irgendwo anders hingehen und leveln. Oder so, aber gut. Irgendwie kommt man voran. Wir machen ein bisschen Progress. Present Progress. So viel. Ui. Warum ist hier immer noch kein Ort der Gnade? Ich meine, wir haben jetzt den Schlüssel. Aber, ist ja auch nicht. Gerade wenn sie sowas hier brauchen, dann wartet hier. Überall hinter jeder Ecke lauern sie. Habt mich auch keiner Lebensenergie mehr. Scheiße. Jetzt sind dahin. Ort der Gnade. Schweine. Okay. Oh. Silberner Federtierfuß. Was immer das wieder ist. Ich kann ja mal gucken, ne? Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. In Vogelfuß mit vier Kräner. Arznei Tinkt. Handelt das Schweres Objekt. Verbessert kurz die Objektentdeckung. Für kurze Zeit. Naja. Ist ja ganz nett. Aber vielleicht muss man das hier verwenden, um irgendwas freizuschalten. Oh, es geht noch weiter. Es geht höher. Würde ich sagen. Es geht auf jeden Fall höher in die Festung. Wie soll ich nur die nächsten Parts nennen? Immer noch Festung oder so? Naja, hier ist ja auch noch was zu entdecken. Da sitzt einer. Könnt du jederzeit. Ach, das ist auch so ein Bomben-Liga wieder. Oh, das ist zu hoch, oder? Scheiße. Nee. Überlegt. Aber ich halte mich jetzt mal. Ist egal. Irgendwann wird ja mal nach einem Ort der Gnade sein hier. Also ich möchte wenigstens noch bis zum nächsten Ort der Gnade kommen. Um vielleicht mal ein Level noch aufsteigen zu können. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, die sind schon zu teuer geworden. Muss ich drüber springen, richtig? Ich habe hier eine tolle neue Sprungfähigkeit. So, ich muss das machen. Oh, so geht es auch. Oh, da könnten wir auch rüber springen, oder? Würde ich das schaffen. Ich würde mal lieber kaputt die Dinger. Uff, noch mal Feuerfett. Keine Ahnung, wenn mir so viel Feuerfett ist. Können wir das schaffen? Jo. Oh, der springt weiter, als ich dachte. Unser Held. Da waren wir auch noch gegen. Ach, der ist ja. Sperrträger? Auch das noch. Können die hochsperren. Da ist schon einer draufgegangen. Ah, da können wir nicht hoch. Von wo kam der Typ? Ach, so von da. Laufen die auf Patrouille, oder was? Ah, hier komme ich. Da komme ich nicht rein, ne? Von außen komme ich da auch nicht ran, ne? Ne. Ach so, von da. Ja. Wenn wir da weit... Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich da hinkomme. Hab eine dunkle Ahnung, sagst du mal so. Ah, ist besser als nix. Gleiche plündern. Oh, der hätte eine Menge dabei. Komm mal hin. Oh, ein Ziegelhammer. Ja, was machen wir denn damit? Wer ist denn das da? Oder waren wir schon, ne? Ja, das ist der von da ganz unten, glaube ich. Was macht denn jetzt Ziegelhammer? Mal gucken. Ist das eine Waffe, oder was ist das? Hä? Ja. Ja, ist anscheinend eine Waffe. Barbarenbrüllen und sowas. Kann man damit diese Waffe... Wir hören, ein Arbeiter, der selbst im Vergleich mit ähnlichen großen Schlagmann Talent Barbarenbrüllen und ja, ist so ganz nett. Aber werde ich nicht verwenden, weil es ist eine Stärkewaffe. Ui. Ui. Mhm. Okay. Ach, da. Guckt mal, da stehen sie alle. Aha. Können wir uns da fallen lassen, ja? Ja, hier wird der Schnee. Diese Schweine. Spring. Hops. So ungewohnt hier zu springen, ja, in dem Spiel. Kann man auch weiterspringen, wenn man rennt? Ne, das ist hier, glaube ich, nicht vorgesehen. Keine Mechanik. Öh. Halt doch auf, ey. Das ist Schatten immer. Er macht mich nervös. Wo hier sich irgendwo fallen lassen. Na, ich könnte mir vorstellen, hier sind so ein paar... Was haben die alles nachträglich eingebaut, ja? Ah, hier, ne? Genau, Geheimfahrt. Ja, ist klar. Also sowas muss man immer als erstes absuchen. Na toll, da komme ich noch nicht hin. Oder kann da klettern? Ne. Pilz. Ei, 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 ei. Na, viel haben wir jetzt noch nicht gemacht, ja. Oder erreicht. Ah, der Ritter hat mich ganz schön beschäftigt, ja. Wenn wir Tricks sieht's, äh, Ringelpitz und anfassen, na, dann ging's irgendwie. Oh je, da hört sich auch nach einem großen Ritter an oder so. Ein Boss oder so. Der da schreitet. Mal sehen, ob der auch so ein Lachen hat. So ein gar liebliches. Keine Ahnung. Oh ja, das ist so einer. Na, okay Leute, aber, ja, vielleicht rannegt er auch erstmal durch und sucht einen Ort der Gnade, ne? Also denn, bye bye, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Eschak, lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like an den Orden da. Bis dann.